WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH So today Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title for the longest vehicle drift in an electric car. Ich bin hier, um die Wahrnehmung zu verhindern, um die Versuchung aus der Guinness World Records' Perspektive zu verhindern. Ich habe auch Denise Ritzmann hier. Sie ist ein Fahrzeug- und Driftungs-Expert. Sie gibt mir ihre sehr professionelle Meinung. Sie ist ein sehr erfolgreicher Fahrer. Ich bin Prüfingenieurin bei der DEKRA und kümmere mich um Fahrzeuganlagen und die Verkehrssicherheit und Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges. Und als zweites bin ich in meinem Privatleben zweifache Europameisterin im Driften, also beste Frau. Daher als Expertin jetzt hier. Wir sind hier, um den Guinness World Record zu verhindern, von Dennis Ritterer aus dem Porsche Experience Center Hockenheim Ring. Er versucht, den longest Fahrzeug zu fahren in einem elektrischen Fahrzeug. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Und da bin ich sehr gespannt, wie es war. Und die Strecke hier ist ganz klar, wie es sein kann. Die Fahrt ist sehr gut, aber wir versuchen, dass es so effizient als möglich ist. So I'm using really the load chains first to the front, turn in, use a bit of power to get it sideways, and then be really efficient. Even if I had a big angle, I just lifted off the power bit, and the car just saved me, more or less.